Das Unmögliche ist wahr geworden. Es hat geschneit in Schleswig-Holstein und der Schnee ist teilweise sogar liegen geblieben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, schönstem Sonnenschein und mit ordentlich Profil auf der Felge ging es also los. Die Gravelabschnitte, die ich in meinen Ausfahrten so entdeckt hatte, wollte ich nun mal zu einer zusammenhängenden Route vereinen. Die Gravelabschnitte Vor allem, man sieht die Wurzel nicht, lass es nicht tun. Lass umdrehen nochmal fahren. Untertitelung des ZDF, 2020